Ja, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Ich schalte mich an die Empfehlung des Roland-Koll-Institutes. Selbstgespräche nur mit Megafon. Einfach um den erforderlichen Sicherheitsabstand zu mir selbst zu gewährleisten. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Nicht in drei Stunden nochmal, da ist es vielleicht so schlimm, aber bis jetzt geht es eigentlich ganz gut. Was mir nur auffällt, ist die Geschwindigkeit. Das ist ja alles noch gar nicht so lange. Aber es ist irgendwie schon alles kaputt. Zum Beispiel meine finanzielle Situation. Gut, so furchtbar viel konnte da nicht zerbröseln. Aber jetzt ist sie wirklich so ein Munsterschrei. Also sie war vorher auch schon so. Aber jetzt ist sie in kürzester Zeit ist sie noch so. Und ich wusste gar nicht, dass es so viel schlimmer werden kann. Aber kannst. Und so geht es ja bei einigen von uns. Und das hat aber Corona ja nicht erfunden. Also dass uns die Pleite so dermaßen dicht im Nacken sitzt, dass es sieben, neun, drei, fünf, acht Tage braucht und kein Stein steht mehr auf dem anderen. Ohohohoho. Mit dieser Belastung müssen wir doch die ganze Zeit schon rumgelaufen sein. Und haben das, was wir ursprünglich mal liebten und immer noch lieben und aus Passion und Leidenschaft für uns ausgesucht haben, haben wir nur noch in so einem bangen Flow immer und immer wieder ausgeübt, damit wir bloß nicht in den Stillstand kommen und die Pleite uns überholt. Und jetzt ist es aber, jetzt hat sie uns überholt. Und jetzt guckt sie uns in vorne ins Gesicht. Na sowas, das ging aber wirklich sehr schnell. Und in dem Moment, in dem wir jetzt entschleunigt werden, das haben wir uns ja nicht selber ausgesucht, in dem wir ausgebremst werden in dem Moment, den könnten wir zumindest mal wahrnehmen, wenn alle Rädchen stillstehen, um mal zu gucken, wie hässlich die Maschine eigentlich ist, können wir uns da mal aussetzen und wie schnell die uns ausspuckt. Das macht die Situation immer noch nicht sinnvoller. Aber lehrreich ist es. Und die Frage ist, wollen wir danach eigentlich wieder, wenn Corona alle ist, wollen wir dahin wieder zurück? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich hoffe, du sitzt jetzt gerade nicht vor dem Bildschirm und sagst, ja, sehr gerne. Weil dann hätte ich ein bisschen Angst vor dir. Dann will ich jetzt auch wieder den Sicherheitsabstand gewährleistet wissen. Aber nur mal kurz die Frage nochmal, warum warst du denn nochmal gegen das bedingungslose Grundeinkommen? Ich erinnere mich an die Zeit vor Corona und auch, da war ich sehr jung und da habe ich viele Diskussionen auch darüber geführt. Und da gab es immer ein Gegenargument gegen das bedingungslose Grundeinkommen, ein soziales Gegenargument. Das lautet, das Elementarste war immer, ja, wenn wir alle nicht mehr arbeiten müssen, ich würde, ich mache das ja gerne, was ich mache. Aber die anderen, die lassen doch alles gleich fallen, dann geht alles kaputt. Weißt du, das ist eine schöne, theoretisch ist es eine schöne Idee. Und wenn die Welt, wenn es die Welt hätte ohne diese anderen, also mit mir, dann könnten wir es machen. Aber diese anderen, das hat überhaupt keinen Sinn. Und wenn wir uns vielleicht nur in Erinnerung behalten, für die Zeit danach, dass wir jetzt einen kollektiven Moment der Bangigkeit erleben und dass diese anderen, die angeblich so unterschiedlich sind, von der gleichen Angst erfüllt sind wie wir selbst. Und das macht uns doch sehr ähnlich. Und das vielleicht nur mal im Hinterkopf behalten. So, das wäre noch was. Das würde die Situation und das, was wir erleben, immer noch nicht schöner machen. Es ist beschissen und es bleibt beschissen. Aber es gäbe als Aspekt immerhin, ein immerhin, für die Zeit danach. Und ich freue mich auf die Zeit danach. Ich habe Sehnsucht nach euch und euren Begrüderungen. Also bleib gesund, achte auf dich, bleib wach. Dann wäre diese Grundbangigkeit weg. Dann wäre eine Grundsicherung statt Grundbangigkeit. Finanzieller Natur, das regelt alle anderen Probleme nicht. Aber die Bangigkeit wäre wenigstens aber weg. Man hätte mir gelassen können. Wie gesagt, ich merke es sehr hoch. Also ich merke es sekündlich. Ich rufe wieder an. Wiedersehen.